Ich wollte schon eine halbe Ewigkeit auf mein Essen. Kellner! Wie haben Sie Essen? Frisch vor Weißbär! Was? Ich sagte Kondor blöd! Nicht irgendwas, ich bin blöd! Was? Was im Allem? Wie isst man das jetzt? Wollen Sie sie mir schon nehmen? Wollen Sie Spaß von mir erlauben? Bitte nehmen Sie einfach. Wollen Sie mich verarschen? Sie geben mir... Tut mir leid, unser zweiter Kellner hört etwas schlechter. Etwas älter. 192. Okay, äh... Mehr nehmen, verstehen Sie das? Und dann schön in Ihren... hier reinstecken? Sie verarschen mich wirklich nicht. Sie meinen das alles ernst. Ja, natürlich! Sehen Sie die Menschen da drüben. Die früheren sind richtig ernst. Das ist schmackhaft für den Bauch. Die haben Hühnchen. Das ist schmackhaft für den Bauch. Da steckt man sich da rein und der Bauch schmeckt sofort. Also so rein. Also man nimmt die Abkürzung. Man ist nicht so, sondern man nimmt die Abkürzung direkt auf den Bauch. Achso, so. Also abkürtet eben. Ja! Okay. Direkt die Abkürzung nehmen. Mhm. Und jetzt alles rein! Ja. Schmeckt die gar nicht mehr so schlimm zu sein. Schmeckt eigentlich auch ganz lecker. Ja, Ihr Bauch schmeckt... Ja! Ja! Oh mein Gott! 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 Ist das normal? Natürlich! Das ist Chili! Sie mögen doch Chili! Das ist Eis! Das ist Chili! Nee! Also nochmal? Ja! Natürlich! Alles weg! Was übrig bleibt, wird mit nach Hause genommen. Mhm. Ja! Ah! 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 So, da warten wir jetzt noch ein paar Sekunden. Ah! So. Wollen Sie doch schlafen? Ähm, ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ah! Ah! Bestellt niemals bei einem 192-jährigen ein Cordon Bleu. Das kommt nicht so gut an. Und das war's das Video. Bye!